Sind wir jetzt schon live? Wir sind live, ja. Ganz Deutschland, hallo, Herr Schmalz. Zeig mal, Sandra. Ja, Sandra, schick mal ein Selfie von dir, dann zeig ich mal, wie du gerade aussiehst. Verliebt. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Doch, da oben. Hey, du siehst echt scheiße aus. Oh mein Gott, ich werde, glaube ich, gerade bekämpft. Ich bin kurz dran tot. Ach, ich bin tot. Ach du scheiße, wie ging das denn jetzt? Kluger Kongrafter, hi. Nein, hör mal auf, mich zu schlagen. So, Pisser. Ich drück ganze Zeit auf die linke Maustaste, da passiert nichts. Digga, du musst, du musst Linksklick gedrückt halten. So, oh, ich drück immer auf neu. Gut, mein Fehler. Mach jetzt mal ein Insta-Story. Yo, Leute, bin gerade ab Craften. Kommt rein. Du siehst richtig sexy aus. Ja, Bikini, ne? Verliebt. Hier haben wir ein Dorf, Sandra. Dörfer in Minecraft sind so Orte, wo so Menschen leben. Die schlafen jetzt aber gerade wahrscheinlich. Hier, Sandra, hier, ich hab was für dich. Komm mal her, komm mal her. Komm mal hier. Hinter dir. Hä? Luca, ich hab das nicht. Hä? Wie komm ich wieder raus? Wenn du ein Item aufnehmen willst. Sandra, du, du... Das war ein Donkopf, ey. Sandra, du musst hoch. Wie geht das denn? Hochspringen und Rechtsklick drücken. Ähm, zuallererst müssen wir uns wirklich um irgendwas zu essen kümmern. Das heißt, äh, wir bauen uns erstmal eine Farm. Oder vielleicht gibt es ja auch eine Farm. Guck mal, hier vorne ist Heu. Guck mal hier. Warum kommt der dir so nach? Nimm mal diese Brote. Fünf Sekunden später. Oh mein Gott, es wurde mir geklaut. Was? Er hat bei mir einfach geklaut. Der hat dir Brot geklaut? Jimmy Neutron hat mir gerade mein Brot geklaut. Du legst dich nicht, wie wenn es zum Essen angeht, mit mir an. Das war ein Riesenfehler, my brother. Jetzt geht es aber ab. Ja, 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 ja. Ich habe mich doch gesehen. Ja, 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 du. Ja. Hallo, da. Den gibt es gleich nicht mehr. Oh, nein, Sandra. Mist. Siehst du rechts den schwarzen Panther? Was? Da war gerade wieder rechts der schwarze Panther. Du siehst nur hier einen schwarzen Panther. Ja, der ist schon wieder vorbei. Sandra, lass die Häuser stehen von den Leuten. Oh, 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 sorry. Also, Sandra, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Dafür klauen wir uns jetzt Betten aus den Häusern hier. Wait a minute. Sandra, lass die Häuser stehen von den Leuten. Kann man auch das Pferd reiten? Ja, genauso wie du mich. Das war jetzt nicht so witzig. Dafür brauchen wir immer einen Sattel. Sandra, du musst das nicht abbauen. Guck mal, es gibt doch hier Türen. Setz mal den Zaun wieder hier hin, bitte. Oh. Nicht wegschmeißen. Dann nimm den mal auf und vergrößer den mal. Best CD ever. Kannst du mir push the door, please? Du kannst doch wohl ne Tür aufmachen, oder? Nee, geht nicht. Komm, mach hier die Tür von unserem Haus. Sandra. Ja, wegcraften. Ja, paar Dinge müssen getan werden. Ich springe jetzt runter. Ich sage dir, wenn du nachkommst, okay? Okay. Bis gleich. Okay, ja, bis gleich. Wenn ich sterbe, Schatzi, passt du, passt du, du machst Podcast allein weiter, okay? Okay. Okay. Jetzt spring. Ich kann nicht. Da unten sind wir noch direkt Creeper, warte. Okay. Sandra, ich hab nur gesagt, du sollst erspricht, wenn ich sage. Ich mein... Ich... Skyblock kommt... Ey, Sandra! Ich will hier Blöcke haben. Ey! Ey! Komm mal auf. Ey! Ich will... Ich will hier für uns Sachen abbauen. Wie siehst du aus? Das ist mein Helm! Ich bin obdachlos, bitte hilf mir, das Geld ist alles, was ich hab. Zeig Sixpacks für drei Euro. Was war das? Hier hat gerade jemand Geld gespendet und hat gesagt, dass er obdachlos ist und dass die drei Euro, die er mir gespendet hat, das einzige Geld sind, was er hat und er will mein Sixpack sehen. Mom, was? Ey, ich kann ja in dein Gehirn gucken, du bist ja hohl. Ey, kannst du mal kurz hier das Cola abbauen, Sandra, hier? Okay. Das dauert ja ewig, Luca. Sandra! Achso, ich hab falsche Axt benutzt. Sorry, sorry. Das ist auch keine Kohle. Das hier ist die Kohle. Achso. Es tut mir leid, Pocker und das. Du brauchst doch immer nicht die Kohle ab! Wo ist die denn? Die hier! Was? Das da unten, das hier! Ich ist gerade dein Erd. Nein, das ist... Das drei, das ist drei! Sanna! Sanna! Das geht nicht! Sanna! Bleib da stehen! Nein! 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 Bleib da stehen! Bleib da stehen! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was mach ich da? Sanna, bleib genau da stehen! Bleib genau da stehen! Luca, die sind genau vor mir! Ja, alles gut. Ich schieße sie... Nein! Sanna! Nein! Ich bin nicht weh! Danke! Danke fürs... Bleib da mal stehen! Ich hätte die so weggekämpft! Warum hast du mir denn gesagt, ich soll nichts machen? Ich hätte nie... Wo warst du überhaupt? Ich war oben! Ich hab doch gesagt, geh den Weg rechts runter! Auf einmal hast du Monster gesehen, bist einfach losgelaufen! Die tun dir doch nichts! Wir waren doch oben! Ja, warum hast du... Warum sagst du denn, ich soll stehen bleiben? Ich hätte kämpfen sollen! Ich hab doch... Nein, Gewalt ist nie eine gute Lösung! Ja, genau! Deswegen bin ich jetzt noch tot, ne? Danke! So, Stein... Was? Schwert... Schwein... Steinschwert... Gegen... Äh... Bubble! Das Schwert ist auf jeden Fall fürs Kämpfen da. Das, was du gerade schon gemacht hast. Nicht das... Nein, 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 nein! Sandra! Stopp! Stopp! Sandra, hör auf! Hör doch auf! Sandra! No joke! Hör auf! Ey! Elsa, bist du noch da? Das war unser Pferd! Oh, das ist traurig. Hä? Ich hab grad... Ein Ozean-Monument neben unserer Insel gefunden. Begünscht! Ah! Sehr gut, Sandra! Ich hab dich grad mal beobachtet. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat hier das Livestream-Highlight Minecraft Loser, also Minecraft mit Luca und Sandra, gefallen. Wenn es das getan hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich bin tatsächlich genau jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, wenn es online geht, nämlich am Freitag hier heute gerade um 18 Uhr live auf Twitch und spiele wieder Minecraft Skyblock, vielleicht auch noch Multiplayer mit Sandra, schauen wir mal. Kommt also gern vorbei, Twitch, LaserLuca heiße ich da. Oder wenn ihr dieses Video hier irgendwann später, Wochen danach sehen solltet, folgt mir mal trotzdem auf Twitch, macht die Benachrichtungen an, dann bekommt ihr eine Nachricht aufs Handy, wenn ich live bin. Könnt ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen. Danke euch! Wir sehen uns. Ciao! Ciao!